Noch nie wurde in Deutschland im ersten Monatsdrittel April eine Temperatur von 30 Grad gemessen. Doch das könnte sich in diesem Jahr ändern. Kurz mal der Blick auf den bestehenden Rekord. Rheinfelden aufgestellt, 2011 ist jetzt noch nicht besonders alt. 27,7 Grad und dieser Wert könnte tatsächlich pulverisiert werden. Möglicherweise wird es bis zu 30 Grad heiß und das würde bedeuten Badewetter in zumindest einigen Teilen Deutschlands. Das ist eigentlich unglaublich aus meteorologischer Sicht, aber die Wettermodelle, die würden es stand jetzt hergeben. Man sieht hier diese kräftige Südwestströmung, die sich einstellen wird am Freitag und die wird auch am Wochenende Bestand haben. Und die Luft kommt schon wieder aus der Sahara zu uns nach Deutschland. Und was das bedeutet, haben wir jetzt zu Ostern erlebt. Es könnte wieder Sahara-Staub auf uns losfliegen. Man sieht hier die Sahara, hier Nordafrika, hier der westliche Mittelmeerraum mit dem Sahara-Staub. Und das Ganze driftet dann eben in unsere Richtung. Und da ist jetzt die interessante Fragestellung, wie dicht ist dieser Sahara-Staub konzentriert und welche Auswirkungen hat dieser auf die Temperatur? Also sommerlich warm wird es sehr wahrscheinlich und möglicherweise eben auch bis zu 30 Grad heiß. Für viele Menschen natürlich toll, dass es einfach sommerlich einfach mal warm wird und Wetter zum Genießen gibt. Die Kehrseite der Medaille, das ist der Klimawandel an dieser Stelle. Die Temperaturrekorde häufen sich in einer beängstigenden Art und Weise. Wir haben jetzt derzeit in diesem Jahr ja Rekorde zu verzeichnen. Zum Beispiel den Februar, der wirklich alle bestehenden Rekorde pulverisiert hat. 6,2 Grad zu warm verglichen mit dem alten Klimamittel, mit dem neuen Klimamittel verglichen auch 5,1 Grad zu warm. Übrigens an der Differenz sieht man auch den Klimawandel. Und dieser März wird auch überhaupt der wärmste seit Beginn der Messaufzeichnungen sein. Vielleicht ändert sich hier noch die Nachkommastelle die erste, aber auf jeden Fall wird dieser auch wieder ein historischer sein. Und viele Menschen machen sich angesichts dieser Klimaentwicklung natürlich sehr berechtigte Sorgen. Aber es hat sicherlich keinen Sinn, angesichts dieser sehr großen Bedenken in alternative Realitäten zu flüchten oder Illusionen herzugeben, sondern viel mehr auf das zu schauen, was Hoffnung macht. Und das sind die regenerativen Energien. Die sind ein, man muss sagen, perfekter Ausweg aus der Krise. Einerseits Photovoltaik, Wasserkraft und Windkraftwerke. Da, wo die regenerativen Energien installiert sind und da, wo diese laufen, sind diese ein absolutes Erfolgsmodell. Und das macht doch richtig Mut.